So, und damit heißt es euch, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saints Row 4. Ja, im letzten Part sind wir mal aus der Simulation hier entkommen. Und, oh, ich würde mal sagen, dann machen wir hier die Nebenaufgabe. Mano, Wahlkampagne der Zerstörung. Triff dich mit Keith auf dem Schiff. Dann hau mal da ab. Alles klar, wo ist er denn? Da, in der Richtung. Da steht er auch schon. Äh, mein Ohr, darf ich nicht mit dir flirten, ey. Alles klar. Äh, jetzt darf ich in die Simulation, oder? Und ab zurück. So, das ist ja das einzigste Gateway, was ich im Mittleren bis jetzt hab. Also nehmen wir auf das. So, Ende des Rennen. Ach komm, ich hack den Laden noch schnell. Das mit. Wow, verbinde den Datenzugriffsschaltkreis von links nach rechts und nutzt du dazu die verfügbaren Hacking-Knotenpunkte in der rechten Spalte, bevor die Zeit abläuft. Da kann ich die Auswahl bewegen. Mit Ask Hacking-Knotenpunkte scrollen und, ah, setze ich die Dinger. Das ist ja einfach gewesen, weil, pfff, eine gerade Linie. Wow, ganz anspruchsvoll. Also, auf geht's. Auf geht's, los geht's. Äh, äh, äh. So. Dann machen wir schnell das Rennen. Jetzt versuche ich, Gold zu kriegen. Halt deinen Schnauzen. Mach Platz, Arschloch. Alles umrein, alles umrein. Ist mir egal, was passiert. Ich renne alles um. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mich fällt auch nichts mehr auf. Äh. Oh ja, dann fliegen halt ein paar Autos durch die Gate, ne? Ich bin schon, bin wie ein Zug, Jojo. Och man, oh, jetzt hab ich meinen Superschub verloren. Gott damn it, nein. Ich will die Goldscheiße nicht verlieren. Okay. Gut, abgeschlossen. Einfach in der Luft stehen bleiben. Das war jetzt knapp. Puh. Habe ich ja noch mal Glück gehabt. Ähm, ja. Weiter. Ach du Scheiße. Ähm, maybe. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Oh mein Gott, ich hab wieder ne Idee. Das kann nicht gut werden. Sure thing. Ähm, ich nehm' Blade. Auf geht's, auf geht's. Ach egal. Ob's knallt oder nicht. Auf geht's. Das wird lockerer, easy. Ach, seid doch alle ruhig. Ich geb Gummi. Das sieht mir so aus, als ob ich da landen kann. Das sieht mir so aus, als ob ich da landen kann. Ich glaub ich. Ups. Egal. Einfach mal ein bisschen abkürzen. Spaß. Ich bin dem zwar reingefahren, aber trotzdem. Hoppla. So steht's richtig. Sieht mir nicht mal so schlimm aus. Das ist ein schwarzes Lochwerfer oder sowas. Ja, das ist klar. Das ist ein schwarzes Lochwerfer oder sowas. Das ist ein schwarzes Lochwerfer oder sowas. Da ist noch... Du willst noch weg habe ich gehört Panzer... Äh Einfach jedes Auto einsagen Ja, sehe ich genauso Da ist noch jemand Da wäre noch jemand aufs Maul Aua... Ich habe einen Haufen gewohnt Das ist jetzt... Haben wir passiert, aus Versehen Ja Ja Ach, mit dem Ding macht es mir einfach Spaß Komisch Noch mehr Ja Waaas So ein scheues Dreck Alles klar Stopp mal nochmal Jetzt stößt mal auf Jetzt stößt mal auf, dann Da kommt was Ich glaube das läuft jetzt mal ein bisschen besser Ja Ich nöde ja Ich glaube ich war schon immer so scheiße beim ersten Mal bei der Mission Dann Toll Wut? Wut?! Wut 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 Wo ist das? Heiskalt Der Panzer noch weggerotzt Das geht wenigstens Mal gucken, da kommen die nächsten Ja, so ich genauso, also das ist geiler damit Ja, das hier die gehört ja noch nicht Also passt der Satz auch noch nicht wirklich So, Vandalismus geschafft So, jetzt kommt das nächste dran Okay, Vandalismus freigeschaltet So, ja So, kommt jetzt als nächstes bitte Komm, schneller Und wo? Besonders die Sin-Truppen Zinn-Patrollen sind wie Kampagnen Manchmal will man sie einfach nach Wendel weich prügeln Manchmal will man sie einfach nach Wendel weich prügeln Also will ich das immer Okay Man, ich werd gerne was auslaufen können 10 auf Jesus machen Was? Ehh Halt, Stopp Gib mir dein scheiß Motorrad Du look like you're trying too hard Get off my fucking bike Na, ich seh ich nicht ein Gott, I'm so sick of having to pick up Jenna Pfff, Geisel nehmen will ich immer noch nicht Bullen kommen mir entgegen Auf ihr Schissen Der Hennetruf denkt nicht mehr dran abzuspringen Jetzt ist er weggeflogen Habe ich ihn weggeschossen Wo ist er? Die Schrotze Was ist der Arsch? Oh ja Arsch Double kill So Was Arsch Ah ja Arsch Die legen so drauf an. So, klettere den Turm auch. Hmmm, Das ist eine schöne Anr balance ich hab zu bereicheln. So, jetzt habe ich hier mit Zumindest weniger Probleme. Wo ist das Nächste? Ich würde einfach hier hoch Ich meine meine Fresse Ich bin immer schon eigentlich so hochgelatscht Also, who the fuck cares? Ähm, ja So, hier mal nicht Den Uhrpunkt Sooo Da hinten hin Wir sind Wahnsinn, nigger Springe ich hier rum So, da hinten gehts rum Oh geil, gleich zwei Stück Oh Gott sei Dank Nächster Warpunkt Jetzt muss ich da rüber Jetzt muss ich da rüber Ach, ist jetzt egal, wenn mein Dreimer jetzt meckert Ich mach dann bald jetzt einfach noch, bis ich den Turm fertig habe So lange ziehe ich denn noch Wenn er denn überhaupt meckert, bis ich fertig bin Wenn ich genau in dem Punkt dann fertig bin, ist das alles gut Dann soll ich sagen Meine Fresse Das war's close Das war's close Das war's close Das war's close So wollte ich das eigentlich nicht sooo Sooo Und Genau, vom Vorscheiden I'm on top of the world, bitches Krass, das hab ich so zeitlich geschafft Verdammt, ist das da hoch Ja Erstmal scheiße auf das Ja Gut Und Und dann würde ich sagen, mach ich an der Stelle wieder einen Cut Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Bis dahin, ciao